Ist gerade reingekommen. Ein LKW ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren und nun herrscht Einsturzgefahr. Fahrt dahin und sichert die Unfallstelle. Sind unterwegs. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmere dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Ich habe die Personalien aufgenommen, alles in Ordnung soweit. Ich habe die Personalienüberprüfung des ZDF, 2020 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 Okay, ja, also, während ich fahre, höre ich ein komisches Geräusch und sehe im Außenspiegel, wie ich Ladung verliere. Das hat mich so erschreckt, dass ich nicht nur voll in die Eisen gegangen bin, sondern auch das Lenkrad verrissen habe. Und bevor ich mich versehe, bin ich in die Brücke. So etwas ist mir noch nie passiert. Der neue Kollege hat bestimmt geschlampt. Der war für die Ladung zuständig. Sie wissen aber schon, dass Sie als Fahrer des Fahrzeugs letztlich für die Sicherheit der Ladung zuständig sind? Ja, das tut mir so leid. Wir sind hier fertig. Sie und Ihr Arbeitgeber werden sicher noch Post wegen des Vorfalls bekommen, aber erholen Sie sich erstmal. Danke. Der war für die Ladung zuständig. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018